Ich habe einen neuen YouTube-Kanal, auf dem in Zukunft auch die Livestreams, die ich ja bisher nur auf Twitch und Kik veröffentlicht habe, auch auf YouTube veröffentlichen werde. Der heißt Agitator Live, der ist in der Beschreibung verlinkt, schaut da gerne vorbei. Ich kann leider nur auf zwei Plattformen gleichzeitig streamen, das bedeutet, dass meine Livestreams zukünftig nur noch auf Twitch und auf YouTube stattfinden werden, nicht mehr auf Twitch und auf Kik wie bisher. Ich wollte diese Änderung nur mal kurz ankündigen. Des Weiteren möchte ich euch empfehlen, mir auf Rumble zu folgen und auf Odyssee. Es sind zwei alternative Videoplattformen. Hier seht ihr meine Kanäle auf Odyssee eingeblendet und hier seht ihr meinen Kanal auf Rumble eingeblendet. Dort lade ich die Reaktionsvideos hoch und die anderen Videos, die ich auf YouTube ohnehin hochlade. Und ja, die Kanäle sind als Alternative zu YouTube gedacht, falls ich auf YouTube irgendwann mal gesperrt werden sollte, dass ihr trotzdem noch meine Videos verfolgen könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und schaut gerne auf meinem Live-Kanal auf YouTube vorbei. Wie gesagt, er heißt Akitator Live, ist auch in der Videobeschreibung, in der Kanalbeschreibung verlinkt. Ihr solltet den also auf jeden Fall finden. Also in dem Sinne, für diejenigen, die sich bisher nicht auf Twitch verirrt haben, die können meine Livestreams jetzt auch auf YouTube verfolgen. Ciao. – Here we go! – Hier, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020